Let's go! Let's go! Ja, muss ich mal gucken. Jetzt sind wir anstrengend, Manu, nicht so wie gestern. Das ist das erste Mal, was du sagst nach 10 Sekunden. Ja. Ja, ich schau mal, vielleicht was als Spendenzimmer. Ja, ich weiß nicht. Na ja, als Spendenzimmer würde ich das nicht machen. Ja, wo sie aber jetzt 60 oder 70 Euro Blechen da und dafür. Dann kannst du den Verkauf. Nee, das ist ja legal. Ich mach ja Programm und Produkte dann quasi anders. Und? Das darf man nicht, oder? Weiß ich nicht, das ist doch... Aber das ist ja um Abweidung. Weiß nicht. Aber mal nehmen als Tauschding oder wenn dann mit Leuten, die man kennt, aber so verkaufen würde ich das nicht. Du wirst jetzt nicht bei Ebay reinstellen oder sowas. Nee, da nicht. Oder mal verschenken, das ist auch ganz cool, denk ich mal. Denk ich auch, ja. Dann müssen wir aber erstmal gucken, ob das überhaupt zu funktionieren wie ich mir sind. vorgestellt habe. Ich denke schon. Ja, denke ich auch, aber man weiß ja nicht, wie die Qualität von der 20, 30 Euro Maschine dann da ist, ne? Ob die das kann. Ja. Schutzbrille brauche ich auf jeden Fall noch. Das ist ein Tor, ne? Ist keiner da. Eine Schutzbrille brauche ich auch. Wenn ich sowas mache. Wenn ich sowas mache. Deswegen gehen mit drei Spiels an. Genau. Hätte eigentlich Pokémon schon mal auf die Idee kommen können, anstatt diese Pins da. Nee, mal rein zu tun. Hm? Magnet rein zu tun. Genau. Wie schon, ja. Man, dann kannst du auch wieder das sagen, die Dinger sind... Also, ich weiß ja nicht. Ist ja spitze hinten dran. Ist erst ab 6 oder 7 oder so, ne? Ja, ja. Auch Saufiago. Ja, Mann. Ja, Mann. Mich sterbt doch noch. Ne, ich ja. Aber alle oben. Alle oben bei denen. Na, super. Ja, super. Wir sind mal vorbei. Wir sind hier oben. Ja. Ich bin mal bei denen. Na, ich bin jetzt mal ein78 durch. Ich bin jetzt mal ein paar Tage zusammengekommen. Okay, jetzt. Ich glaube, ich bin jetzt mal ein paar Tage und ein paar Tage aus. die ganze der absolut schneller quält hat wie du oder warum? Jaja 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 4 Sind rum dran. Richtig gut. Ich halte dich, wenn du mal aus dem Raus gehst. Bleib da. Bleib da. Sauber. Zertallen geht schnell, das hat vielleicht zu fünf Sekunden, wie nennt man das? Downtime. Ja. Bleib da. Bleib da. Bleib da. Du kannst mich heilen. Ja, schwierig zu zielen, wenn mehrere da sind. Achso. Ich muss genau drauf ziehen. Eigentlich müssen wir nicht drauf ziehen, wir müssen uns einfach mal warten. Bleib da drauf. Bleib da drauf. Ja. Guck mal drauf. Zauber. 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 Das ist eine gute Runde. Ja. So, ich chill hinten. Oder ne, fürs Video bleib ich vorne. Natürlich, das ist die zweite Episode unserer eine Million Winstreak Challenge. Oh Mensch. Jetzt bin ich tot. 40 Sekunden muss ich weg bleiben. Das heißt, ich bin für den Rest des Spiels raus. Ja, war eine gute Runde. Genau. Anfang. Ja. Das war aber gestern genauso. War gestern auch die erste Runde geworden, ja. Und dann gab es fünf Niederlagen. Was fünf? Jetzt wissen sie es im Video. Aber wo war er? Genau. Also Dave, falls du das hörst. Die Challenge ist einfach eine Million Siege. Hätte ich. Genau. Danke dafür. Wir sehen uns.